Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du, so wie ich, auch studierst, dann heißt das vielleicht, dass du jetzt Sommerferien hast. Die Klausuren sind geschafft und über die Hausarbeiten musst du dich nicht für eine Weile kümmern. Du hast wahrscheinlich sehr viele Pläne, wie zum Beispiel im Urlaub zu fahren oder ein Sommer Bucketlist zu schreiben. Hauptsache, jetzt sind die Vorlesungen vorbei und du freust dich mega darüber, dass du endlich ein bisschen Zeit für dich selbst hast. Wie würdest du denn reagieren, wenn ich dir sagen würde, dass du sogar glücklicher werden könntest? Und zwar, wenn du ein bisschen von dieser wertvollen Zeit aufgibst. Das klingt ja ein bisschen kontraintuitiv. Und das ist es vielleicht. Heutzutage leiden wir unter einem Phänomen, das manche Psychologen Timefemin nennen oder Zeithungersnot, wenn man das auf Deutsch übersetzen will. Das bedeutet, dass wir jeden Tag so viel zu tun haben, dass es sich so anfühlt, als ob wir nach der Zeit tatsächlich hungern. Die Zeit ist uns unfassbar wertvoll geworden. Eine endliche, verbrauchbare Ressource. Genauso wie Gold oder andere Edelmetalle. Deswegen kann es wirklich schmerzhaft sein, wenn wir sogar auf ein sehr kleines bisschen von dieser Zeit verzichten müssen. So würde man intuitiv denken, dass wenn man mehr Zeit hat, dann ist man auch glücklicher. Und das ist in einigen Massen wahr. Keiner, der sich ständig unter Druck fühlt und wenig Zeit hat, kann wirklich 100% glücklich sein. Aber die Zeit ist eigentlich so wie das Geld. Studien in der Psychologie haben gezeigt, dass ab einem bestimmten Jahreseinkommen wird man im Durchschnitt nicht glücklicher. Mehr ist nicht immer besser. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Die Zeit, wie das Geld und andere wertvolle Sachen, ist endlich und von dieser Welt. Das heißt, sie kann dich nicht wirklich erfüllen oder für immer glücklich machen. Denn in den Worten von Papst Benedikt, wir sind ja auch nicht für die Bequemlichkeit, sondern für das Große, für das Gute geschaffen. Was ist das Große oder das Gute? Die Liebe. Letztendlich bist du für die Liebe geschaffen. Und die Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Handlung. Ein selbstloses Geben, wodurch du immer erfüllter wirst. Denn aus Liebe zu handeln, heißt im Einklang mit deiner Natur zu handeln. Okay, denkst du. Kann ich schon nachvollziehen. Die Zeit ist wertvoll. Deswegen soll ich es auch nicht nur für mich behalten, sondern es auch den anderen schenken. Besonders, da es jetzt Sommerferien gibt. Aber wie mache ich das? Auch in den Sommerferien habe ich viel zu tun. Hier kann man auf noch ein Konzept in der Psychologie zurückgreifen. Zeitkonfetti. Das bedeutet, dass unsere Freizeit heutzutage in viele kleine Stücke verteilt ist. Man meint hier nicht unbedingt die Zeit, die man sich nimmt, um etwas Lustiges zu machen, sondern einfach die Minuten, wo man nichts Aktives macht. Zum Beispiel die halbe Stunde zwischen den Vorlesungen. Oder die 15 Minuten, wo man auf einen Termin warten muss. Oder eine Fahrt in der Bahn, die 10 Minuten dauert. Die Idee ist, wenn man alle diese kleinen Momente zusammen addieren würde, ist es eigentlich sehr viel Zeit. Aber es ist Zeit, die oft verschwendet wird, weil man diese kleinen Momente von ihrer Natur her nicht zusammentun kann, sondern individuell erleben muss. Und weil man diese Momente individuell erleben muss, was man normalerweise damit macht, ist... Nichts. So steige ich eine neue Herausforderung vor. Diese kleinen, alltäglichen Momente nicht zu verschwenden und nicht unbedingt für dich zu benutzen, sondern den anderen zu schenken. Diese Minuten sind so wie das Kleingeld, das man am Sonntag spendet. Man will sie sowieso loswerden. Also wie könnte man sie besser benutzen, als was Gutes von der anderen zu tun? Wenn man diese Minute wirklich benutzen will, zuerst muss man lernen, den anderen zu sehen. Und ich meine, ihre Bedürfnisse zu sehen. Ihre Menschlichkeit. Ihre Zerbrechlichkeit. Und um klar sehen zu können, muss man zuerst mehr für den anderen beten. Denn wenn man konkret für den anderen oder auch bestimmte Personen betet, dann ist es auch sehr schwierig, diese Personen zu vergessen. Nachdem man diese zwei Sachen gemacht hat, Beten und die Bedürfnisse der anderen wirklich wahrzunehmen, dann kann man anfangen zu handeln. Am besten klein anfangen. Versuche jeden Tag eine Kleinigkeit für jemanden zu machen. Das kann alles sein. Die Tür aufmachen, ein Kompliment geben, ein kurzes Gebet sagen. Und am Ende des Tages überlege dir, was gut geklappt hat und was du morgen besser machen kannst. So änderst du langsam deine ganze Mentalität. Du denkst nicht mehr an Zeit, als etwas, das sparsam eingesetzt werden muss, sondern als eine Gelegenheit, um einen Schritt näher an Gott zu kommen. Und all dies gilt nicht nur für Fremden, sondern auch für Freunde, vielleicht sogar mehr. Denn die Freundschaft ist nicht statisch, sondern etwas, das sich entwickelt und ändert und gepflegt werden muss. Auch wenn man grundsätzlich ein guter Freund ist, wenn man sehr beschäftigt ist, kann es doch vorkommen, dass ein ganzes Monat vorbeigeht, bevor man merkt, dass man einen bestimmten Freund gar nicht gesehen hat. Der erste Schritt ist natürlich, für die Freunde zu beten, besonders für ihr geistliches Leben. Der zweite Schritt könnte sowas sein, wie eine Liste aufzuschreiben von Leuten, die du schreiben oder sehen sollst, aber für denen es gefühlt nie genug Zeit gibt. Dann, jedes Mal, dass du eine freie Minute hast, schreib eine von diesen Personen. Oder guck auf deinen Terminkalender, wann du dich mit ihnen treffen könntest. Das klingt vielleicht sehr ernst, aber die Freundschaft ist so ernst und so ernst muss man es auch nehmen. Keine von diesen Sachen, die man für Fremden oder auch für Freunde tut, müssen so lange dauern. Es geht hier darum, dass man merkt, wie viel Zeit man eigentlich geschenkt wurde, indem man die kleine, wertlose Momenten oder dieses Zeitkonfetti Gott und den anderen schenkt. Statt die Nachrichten zu lesen, während du mit der Bahn irgendwo hinfährst, sag ein kleines Gebet für die Person neben dir. Statt ständig auf dem Handy zu gucken, guck auf die Welt um dich herum, um zu sehen, wie du es verbessern kannst. Abends, bevor du ins Bett gehst, statt noch an mir zu schauen, überlege dir, was du morgen für den anderen besser machen kannst. Das alles kommt nicht sofort, man muss diese Gewohnheiten aufbauen. Es klingt vielleicht mühsam und schwierig, aber die Liebe ist schwierig. Und je mehr man sich überwindet, desto glücklicher wird man. Denn dafür sind wir alle geschaffen, zu lieben und geliebt zu werden. So möchte ich diese Zeit des Gebetes schließen, indem wir uns an den Herrn wenden und ihm um Hilfe bitten, die Zeit anders zu sehen und es so zu benutzen, wie er es möchte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.